Prozent alle Sekunden zu erweitern und letztendlich mit KVP es wurden lang ist er seit der letzten Folge aber wie viel ist es wie das Jahr Samstag Abend rausgekommen so wird er macht mir auch spaß das spiel ich weiß ich habe es ziemlich viel sachen im permanent haben also ich möchte ein bisschen was erzählen wie der plan ist ein plan ist euro tag und mac of age jetzt um die versuche ich zu bringen und pvp und sowas immer so zwischendurch hat so ein paar mal wenn man bock drauf habt haben wir also könnte ich auch euch fragen was ihr wollt also wenn es mehr pvp spielen sehen wollte irgendwie so oft wie möglich pvp schreibt es in die kommentare werde ich mir zu herzen nehmen das so wird ja immer noch nicht versprechen aber das lübe wird draußen mal kurz gucken ob er vor diesen mittel tun kurz den laufweg aber ich keine russung ich kann auch so einfach nicht spielen leute also feiern ist echt schon genug so für eine gute ist genug man kann nie genug feile hammer kann nie von was in mein kopf genug auch nichts von leisenswerter und heute denke ich auch nicht immer her kurz mal ein bisschen überblick denn ist jemand denn ich bin ich die spät habe wenn ich bin ja gleich wird tot tot wow was war das denn für eine gib mir doch bitte mal eine auf mit der hand hat er mich stelle mir die frage jeden tag warum leiden wir im krieg und hacker werden nicht bestraft Ich will los, meine Stellung ist im Arsch und ein Camper aufm Dach und versaut mir dann mein Spaß. Stelle mir die Frage jeden Tag, warum leiden wir im Krieg und Hacker werden nicht bestraft? Was mir bleibt ist nur noch warten, denn ihr habt mir meinen Tag versaut. Nicht etwa Themen. Themen wird kein Geschäm. Nein, das wäre da nichts. Was meint er denn sonst damit? Das war der mit jetzt zwei. Ohne Team. Ja, äh, wir sind, was ist zwei? War das überhaupt nicht? Achso. Das war alles ganz nice hier. Oh, ich bin mir leckert. Bissin aber wirklich hier, und ist voll gut. Reisen mit dem hier. Bissin Eisschert. Oh, richtig crappy ist der Crip. Wieso leckert das gerade? Ich muss noch nicht heißer, was noch nicht kurz so schnell ändern. So, dann habe ich auch in der Kiste gesehen. Oh, danke. Uh, zwei Dias ist schon mal nice. Ich mag das. Oh, ich mag das Spiel sehr gerne. Äh, weil ich jetzt in Dias Schwerdkraften könnte, das wäre so cool. Aber so Sticks wäre ja so, so, so geil. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Richtig verkackt habe ich das gerade. Dieser Jean-Tier war noch schlecht. Ich habe schon ein Bogen. Zwei, eins, so. Das kann auch mal vielleicht irgendwo noch eine Kiste finden könnten. Oh mein Gott, bitte. Bitte sagt es, oh ja, es ist ein bisschen zu tun. Ah, shit. Dennis, ja. Das ist nicht besser, könnte sein. Ich habe versucht, wenn man den Weg zum Momenten. Bau. Okay, ja, das habe ich jetzt verkackt. Manu. Hatten wir jetzt nochmal eine Runde? Das kostet sich gerade irgendwie an. Aber Pirate Bay. Dann bitte nicht das, glaube ich, auf der Mensch. Verkacke ich einfach, weil ich finde, die so ohne was ich nenne. Das ist, glaube ich, nicht mal die aktuelle Lobby. Glaube ich. Ich weiß es aber nicht. Ich bin immer nur bei Survival Games. Für Points habe ich, naja, Goins geht auch so. Ich weiß gar nicht, was man sich Coins machen kann. Hallo. Hat jemand YouTube edit mich bei Skype? Base Gamer. Trackpunkt. So, da seht ihr mal Video-Gam... Scheiße, ich gehe nicht drin. Garnet... Germany. Video-Gam Germany. Habe ich richtig geschrieben? Okay, hallo. Ja. Hallo an meine... Und auch an die Zuschauer von Outplacer. Oder X Outplacer X. Ich würde auf jeden Fall, naja, eliminieren. Muss nett auszudrücken. Okay, eigentlich muss man sowas nicht nett auszudrücken. Weil ich eliminiere ihn natürlich auch nicht nett. Eliminieren tue ich die Leute immer nur böse. Gut, nicht eliminieren. Das geht auch kaum möglich, aber... Vielleicht geht das. Aber gar nicht so schlecht Rüstung erstmal. Erstmal eine Runde, in der ich nicht angekotzt bin. Heute. Das ist echt selten. Ich habe das jetzt fast noch gar keine Runde geschafft. Den Luxus sahen, dass ich nicht angekotzt bin. Äh, so. Okay, aber Rüstung ist doch nicht so prall, sehe ich gerade. Ah, naja. Noch ein bisschen besser. Schuhe. So, wieder runter. Das App ins Geld, Türme. So, los, guck mal. Ich sehe leider niemanden. So, ich muss ganz kurz hier. Ich muss ganz kurz mal ranken. Ich distanziere mich jetzt leicht. Ich muss echt... Oh, Leute. Ich kann mir ein Dias Schwert machen. Das werde ich jetzt versuchen. Ein Dias Schwert, ich höre ein Dias Schwert. Können du was da auch in dem Haus machen? Scheinlich wirklich gut zu sein. Mein Minecraft, wenn so. Also, ich habe so einen Kurs auf Block hidden gedrückt. Also, ernsthaft. Oh, ich habe das Spiel gewonnen, ohne mir ein Dias Schwert machen zu können. Was ist denn hier los? Mann. Geh, gehe, ja. Bitte. Naja, das war es auch wieder diese Folge schon wieder. Du meinst, dass es nur so kurz ist, aber ich habe echt nicht sehr viel Zeit. Und naja. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.